Im Herzen von Paris besucht Sam widerwillig eine Party, die von seiner Ex-Freundin ausgerichtet wird, angetrieben von einem einzigen Zweck, seine alten Kassetten zurückzugewinnen. Trotz der lebhaften Atmosphäre bleibt Sam desinteressiert an den Festlichkeiten und sehnt sich nur danach, seine Sachen zurückzubekommen. Seine Ex ist mit den Gästen beschäftigt und bittet um Geduld, sodass Sam sich unbeholfen und fehl am Platz fühlt. Nachdem er des Wartens überdrüssig ist, bittet Sam seine Ex, ihm den Ort seiner Habseligkeiten preiszugeben und erklärt, dass er sie selbst zurückholen will. Er wird in ein Büro geführt und angewiesen, auf eine zukünftige Diskussion zu warten. Ungeachtet der betrunkenen Feiernden im Flur schließt sich Sam im Büro ein, um nach Ruhe zu suchen. Als er jedoch seine Sachen findet, unterbricht eine unerwartete Nasenblutung die Aufgabe. Mit Taschentüchern bewaffnet, legt er sich zur Ruhe und gibt schließlich dem Schlaf nach. Unwissend über das Chaos draußen bleibt Sam den Schreien und der Aufregung gegenüber gleichgültig. Als er am nächsten Morgen erwacht, sammelt er seine Sachen, nur um die Tür zu öffnen und mit einer entsetzlichen Szene konfrontiert zu werden, einer verwüsteten Wohnung, die in Blut getränkt ist. Mit einem zufällig gefundenen Gegenstand in der Hand als Schutz untersucht Sam weiter und entdeckt, dass die einst feiernde Menge sich in Zombies verwandelt hat. Indem er die Untoten abwehrt, verschanzt sich Sam in der Wohnung. Als er aus dem Fenster schaut, entdeckt er die düstere Realität zombifizierter Horden, die in den Straßen von Paris wüten. Bewaffnet mit den zurückgelassenen Habseligkeiten der Partygäste, hört er sich ihre letzten Nachrichten an, die ein düsteres Bild der Außenwelt zeichnen. Als der Flur verstummt, wagt sich Sam auf das Dach und findet keine Anzeichen von Leben oder Hilfe. Entschlossen zu überleben, beginnt er mit einer gründlichen Reinigung und beseitigt akribisch das infizierte Blut aus den Zimmern. Ein mysteriöses Geräusch von der Etage darunter weckt seine Aufmerksamkeit, gefolgt von einem Schuss, der die Decke durchschlägt. Untersuchend blickt Sam durch das Loch und entdeckt das tragische Schicksal des Nachbarn. Mit einem Metallstab bewaffnet, erweitert er die Öffnung und bereitet sich darauf vor, der apokalyptischen Realität zu begegnen, die über die Stadt des Lichts her eingebrochen ist. Nachdem er den alten Mann mit einer Decke bedeckt hat, richtet Sam seine Aufmerksamkeit auf die andere leblose Gestalt im Raum. Eine verstörende Enthüllung zeigt sich, als er realisiert, dass der ursprüngliche Klang der Mann war, der seine infizierte Frau erschoss, unfähig, die Last länger zu ertragen. Entschlossen, der düsteren Realität ins Gesicht zu sehen, durchsucht Sam die Küche nach Nahrung, ergreift die Waffe des Mannes und hortet jede verfügbare Patrone. Sicherstellend, dass der Flur frei von den Untoten ist, tritt Sam vorsichtig hervor, steigt die Treppen hinab und versiegelt jede Tür auf seinem Weg gegen die heranrückende Zombie-Bedrohung. Als er den Haupteingang erreicht, sieht er draußen eine Menge Zombies und schließt die Tür hastig, gerade rechtzeitig, um ihren Griff zu entgehen. Mit dem gesicherten Gebäude begibt sich Sam zum Raum des Hausmeisters und sammelt geschickt Schlüssel zu allen Apartments, trotz der hartnäckigen Versuche eines Zombies, der durch das Fenster greift. Eine Dose Thunfisch wird zu einer schnellen Mahlzeit und er sammelt Vorräte und nützliche Gegenstände, organisiert akribisch Wohnungsschlüssel für eine systematische Erkundung. Die erste Wohnung, die er betritt, birgt eine erschreckende Begegnung mit einer zombifizierten Familie. In einem heftigen Kampf gelingt es Sam, den Angreifer zurückzudrängen, und er markiert prompt die Tür mit einem X, um einen zukünftigen Eintritt zu verhindern. Bei der systematischen Suche erweisen sich die folgenden Apartments glücklicherweise als leer stehend. Sam sammelt Lebensmittel und vielfältige Gegenstände, darunter eine Paintball-Waffe, einen MP3-Player, alte Kassetten und sogar ein Schlagzeug, was ihm als Musiker Freude bereitet. Nachdem er seine Überprüfungen der Wohnungen abgeschlossen hat und eine Schutzmaske aufsetzt, wird Sam durch die plötzliche Bewegung eines Aufzugs überrascht, der einen nicht-aggressiven Zombie enthüllt. Statt Gewalt anzuwenden, sichert er die Kreatur mit einem Gürtel, um ihre Flucht zu verhindern. Am Abend genießt Sam eine Mahlzeit und taucht in die Nostalgie seiner alten Kassetten ein, die schöne Erinnerungen hervorrufen. Am nächsten Tag beobachtet Sam die Zombies draußen, bevor er akribisch seine gesammelten Lebensmittel rationiert und organisiert und alles in einem Notizbuch festhält. Mit Hilfe von Schmutz an einem Fenster erstellt er ein Raster, um die werkehänden Tage zu markieren. Mit zunehmender Einsamkeit erkundet Sam die Wohnung weiter, findet Trost darin, Schlagzeug zu spielen, um aufgestaute Spannungen angesichts eines unsicheren und gefährlichen Daseins abzubauen. In den leisen Korridoren seiner improvisierten Festung navigiert Sam die feine Balance zwischen Aktivität und Heimlichkeit und ist sich bewusst, dass Lärm die ständige Bedrohung durch Zombies an seinen Fenstern anzieht. Tage verschmelzen zu einer einsamen Routine, während Sam die Zeit auf dem Fenster markiert, Mahlzeiten zubereitet und in den ruhigen Nachtstunden Trost auf dem Dach sucht, den Blick auf die verlassene Stadt unter ihm gerichtet. Um der Monotonie entgegenzuwirken, beschäftigt sich Sam mit kreativen Unternehmungen und nutzt eine Paintball-Waffe, um aus den Bildern seiner Ex Ziele für die Untoten zu machen. Er nimmt die Geräusche seiner Einsamkeit auf und kreiert Musik aus zufälligen Gegenständen. Die Routine bietet in der abnormalen Welt außerhalb seines Zufluchtsortes einen Anschein von Normalität. Eines Tages warnt Sam ein unangenehmer Geruch vor der düsteren Realität, dass die Leichen unten verfallen. Von einer traurigen Achtung bewegt, legt er die Verstorbenen in Schlafsäcke zusammen mit ihren liebgewonnenen Besitztümern und lässt sie auf dem Bett zurück. Nach einem Moment der Besinnung versiegelt er das Zimmer, um den Gestank einzuschließen, und bewahrt eine gewisse Würde in ihrem Dahinscheiden. Die tägliche Routine bleibt bestehen, aber eine surreale Wendung der Ereignisse zeigt sich, als die Wasserversorgung abrupt versiegt. Albträume unterbrechen Sams unruhigen Schlaf und zeigen lebhaft Zombie-Horden, die sein Zimmer überfallen. Ein schmerzhafter Schrei weckt ihn, nur um festzustellen, dass es eine Einbildung war. Unbeirrt integriert Sam Übungen in seine Routine, joggt um das Gebäude herum und ist dabei in Musik vertieft. Am Aufzug bricht er die Isolation, indem er symbolisch die Hand eines imaginären Begleiters schüttelt und ihm spielerisch den Namen Alfred gibt. Schließlich segnet der Regen die verlassene Stadt und Sam nutzt die Gelegenheit, Wasser zu sammeln, indem er eine Vielzahl von Töpfen und Behältern für seine improvisierte Dusche verwendet. In Gedanken versunken am Aufzug, teilt er einen einsamen Moment mit seinem neuen Freund Alfred und gesteht ihm die Qual, das Schicksal seiner Familie nicht zu kennen. In den Echos eines einseitigen Gesprächs findet Sam seltsamen Trost in der Gesellschaft, die er mitten im Chaos heraufbeschworen hat. In einem seltenen Moment der Ablenkung von seiner täglichen Routine ist Sam, bewaffnet mit der Paintball-Waffe, fasziniert von dem Anblick einer Katze auf den verlassenen Straßen unten. Bewegt von einem plötzlichen Gefühlsausbruch, steigt er vorsichtig die Treppe hinunter, stellt sicher, dass keine Zombies vorhanden sind, bevor er der misstrauischen Katze ein Angebot von Thunfisch macht, die Zuflucht unter einem nahegelegenen Auto sucht. Die Katze, hin- und hergerissen zwischen Hunger und Angst, nährt sich vorsichtig, nur um von einem unerwarteten Geräusch vertrieben zu werden. Besorgt um die scheue Katze, lässt Sam seine Waffe zurück, lässt die Tür angelehnt und macht sich auf eine heimliche Verfolgungsjagd. Hinter Autos versteckt, werden seine Bemühungen vereitelt, als ein wachsamer Zombie seine Anwesenheit entdeckt. Schnell sucht er Schutz in einem Fahrzeug, und Sam erledigt den ersten Zombie durch das Fenster, nur um eine andere untote Bedrohung bemerkt zu haben, die sich nährt. Eine flinke Flucht durch die Rücksitze und eine schnelle Rückkehr zur Sicherheit des Gebäudes entgehen knapp der drohenden Gefahr. Zurück in der Zuflucht seiner Wohnung schaut Sam aus dem Fenster und entdeckt die Katze, die scheinbar gelassen mit den Zombies koexistiert. Frustriert von der scheinbaren Gleichgültigkeit der Katze zielt er und schießt auf sie. Eine plötzliche Erkenntnis trifft ihn, als er sich umdreht und Blut auf dem Boden entdeckt, sein Bein war während der Begegnung verletzt worden. Nachdem er die Wunde versorgt hat, steht ein nachdenklicher Sam seinem Spiegelbild gegenüber, bewaffnet mit der Paintball-Waffe. Unsicher wegen einer möglichen Infektion richtet er die Waffe für den Fall einer drastischen Maßnahme. In einer ruhigen Wache sitzt Sam mit dem Gewicht der Ungewissheit und gibt schließlich dem Schlaf nach. Der vorübergehende Aussetzer führt dazu, dass die Waffe eine Kugel abfeuert, die ihn erschreckt aufwachen lässt. Erleichterung überkommt ihn, als er keine Anzeichen einer Verwandlung entdeckt und er erleichtert lacht. In der Einsamkeit seines postapokalyptischen Zuhauses kümmert sich Sam um seine Pflanzen, als ein ungewöhnliches Geräusch die Stille unterbricht. Rufe in die Leere ergeben keine Antwort. Als er durch das Fenster späht, sieht er eine entfernte Gestalt im Gebäude gegenüber, aber die Ungewissheit über ihre Natur, Zombie oder Überlebender, lässt Sam ratlos zurück. Auf der Suche nach einer klareren Sichtweise von oben offenbart sich eine unheimliche Leere, ohne Anzeichen von Leben. Als die Kälte hereinbricht, baut Sam, der sich nach Wärme und Komfort sehnt, eine improvisierte Kissenburg und entfacht ein Feuer für ein einfaches Vergnügen, ein einladendes Bad. Während er versucht zu entspannen, hallen mysteriöse Geräusche durch die Stille, flüchtig und schwer zu fassen. Sorgen über schwindende Lebensmittelvorräte bleiben bestehen, was Sam dazu bringt, in Betracht zu ziehen, nach draußen zu gehen, um Vorräte zu beschaffen. Doch seine Vorstellungskraft erweist sich als furchterregender als die untote Realität, und er bleibt innerhalb der vertrauten Mauern gefangen. Einsamkeit sickert in Sams Existenz ein und treibt ihn an einem Nachmittag zur Flasche. In einem betrunkenen Monolog, der an seinen imaginären Begleiter Alfred gerichtet ist, provoziert Sam versehentlich eine lebhafte Reaktion, die ihn dazu bringt, sich zum tröstenden Rhythmus seines Schlagzeugs zurückzuziehen. Der laute Lärm weckt das Interesse der Untoten, die an seinem Fenster kratzen, in ihrem vergeblichen Versuch, ihn zu erreichen. Anschließend entschuldigt sich Sam bei dem imaginären Alfred für das Chaos. Später, während er die spärlichen Lebensmittelvorräte rationiert und die Echos der Stimmen seiner Familie auf alten Kassetten wiederholt, erliegt Sam der Trauer. Überwältigt fegt er Gegenstände vom Tisch. Am Abend bringt ein plötzliches Geräusch ein abruptes Erwachen, was Sam dazu führt, impulsiv auf die Quelle, eine Tür, zu schießen. Seine Erleichterung weicht der Verzweiflung, als er entdeckt, dass er eine lebende Frau und keine Zombie getroffen hat. Dringend kümmert sich Sam um ihre Wunden und versorgt die Fremde namens Sarah, die er unwissentlich gerettet hat. In der Folge erfährt Sam, von Schuldgefühlen geplagt, mehr über Saras Überlebensdaktiken. Sie navigiert durch die verlassene Stadtlandschaft, indem sie mit ihrem improvisierten Haken zwischen Gebäuden springt. Während sie ihre Erfahrungen teilt, enthüllt sie die beunruhigende Wahrheit. Die meisten Überlebenden sind dem Wahnsinn verfallen. Während die düsteren Tage in ihrer prekären Zuflucht vergehen, bleibt Sarah, eine erfahrene Überlebende, die sich in den Höhen der Stadt auskennt, skeptisch, an einem Ort zu lange. Trotz Sams Zusicherungen bezüglich der Sicherheit in ihrem aktuellen Gebäude bleibt Sarahs Misstrauen bestehen, angetrieben von der Erkenntnis, dass der Schuss von der vorherigen Nacht unerwünschte Aufmerksamkeit der Untoten auf sich gezogen hat. Sie erwartet die unerbittliche Verfolgung durch die Zombies und sagt das bevorstehende Eindringen in ihre Zuflucht voraus. In einem Versuch, eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten, lädt Sam Sarah zu seinem täglichen Spaziergang durch das Gebäude ein. Der Anblick von Alfred, dem imaginären Begleiter, erschreckt sie, aber Sam versichert ihr ihre Sicherheit. In seiner musikalischen Arbeit findet Sam Trost in Sarahs unerwarteter Zusammenarbeit. Abendliche Gespräche mit dem imaginären Alfred führen Sam dazu, über die Aussicht nachzudenken, die Apokalypse mit einem realen Begleiter zu überstehen. Als der Lebensmittelvorrat schwindet, konfrontiert Sam die harte Realität und ergreift drastische Maßnahmen, um Vorräte zu sichern. Indem er ein Loch in die Tür mit einem X schneidet, eliminiert er strategisch die Zombies im Inneren. Mit dem Weg frei sammelt er Vorräte, kehrt aber in seine Wohnung zurück und entdeckt Sarahs Abwesenheit. In panischer Suche findet er sie auf dem Dach, die Absicht äußern zu gehen und gefährliche Sprünge zwischen den Gebäuden zu üben. Uneinigkeit über den riskanten Plan führt zu einem Konflikt zwischen Sam und Sarah über ihre Optionen. Doch eine schockierende Enthüllung entfaltet sich, als Sam begreift, Sarah war niemals real. Die lebhafte Halluzination ihrer Anwesenheit löst sich auf, und Sam verfällt in einen herzzerreißenden Moment der Trauer. Als er das Zimmer betritt, findet er ihren leblosen Körper, deckt sie liebevoll mit einem Tuch zu und verabschiedet sich ergreifend mit Kerzen. In einem letzten Akt der Verbindung erkundet Sam Sarahs Tasche und entdeckt eine Digitalkamera. Mit tränenüberströmten Augen durchblättert er die festgehaltenen Erinnerungen, eine zwiespältige Reise durch die Illusion von Gesellschaft und die Härte einer Welt, die von Verlust geprägt ist. Unter den Bildern in Sarahs Tasche stolpert er über ein Bild von sich selbst auf dem Dach. Eine Bestätigung, dass Sarah eine Erscheinung im benachbarten Gebäude gewesen war. Als die Flammen tanzen und die Überreste von Sams Erinnerungen auf alten Bändern verzehren, konfrontiert er die verstörende Wahrheit. Den Abstieg in den Wahnsinn akzeptierend, fasst Sam den Entschluss zu gehen. Die Relikte seiner Vergangenheit in Brand setzend, ergreift Sam Sarahs Tasche, fest entschlossen zu fliehen. Ein mitfühlender Moment unterbricht seine Abreise, als er Alfred, den imaginären Begleiter, freilässt. Alfred, in seiner geisterhaften Form harmlos, folgt Sam, während er sich durch das Gebäude bewegt. In einem Versuch, Zeit zu gewinnen, lenkt Sam Alfred in eine Wohnung um. Jedoch herrscht Chaos, als die brennenden Bänder den Feueralarm auslösen und die unaufhaltsamen Untoten herbeirufen. Die Eingangstür erliegt dem Angriff und die Zombies strömen auf Sam zu. Er wehrt sie mit Schüssen ab und gibt schließlich nach, um ihnen auszuweichen, anstatt sich ihnen zu stellen. Die Gelegenheit ergreifend, stürzt sich Sam in den freien Aufzug, erklimmt den Schacht zu einer leeren Wohnung, dicht gefolgt von einem unerbittlichen Zombie. Ein spannender Kampf entfaltet sich, als Sam mit improvisierten Taktiken den verfolgenden Zombie außer Gefecht setzt und eine temporäre Barriere mit einem Sofa errichtet. Seine Wohnung zurückerobernd, nun in Rauch gehüllt, bewegt sich Sam unentdeckt unter den Untoten. Endlich das Dach erreichend, benutzt er Saras Haken, um ein Seil zum benachbarten Gebäude zu werfen. In einem verzweifelten Sprung schleudert er sich darüber, prallt gegen die Wand. Nach einer kurzen Pause öffnet Sam die Augen, dankbar, dem Griff der Untoten entkommen zu sein. Konfrontiert mit einem einzelnen Zombie, der durch das Fenster späht, bildet er die Sicherheit des Dachs, wo er die Skyline der Stadt betrachtet. In der Ferne erwecken Geräusche Hoffnung in Sams Herzen, während er sich danach sehnt, mit anderen Überlebenden in diesem trostlosen Panorama zusammenzutreffen. Die Anzeichen von Verstand halten sich in den Schatten, während Sam über die unvorhersehbare Zukunft jenseits des stillen Horizonts der Stadt nachsinnt.